Das sind die Jungs von Golden Reef und wir machen jetzt was ganz Lustiges, nämlich ein Wordrap. Wir starten mit Musik. Musik ist Rock'n'Roll. Wenig Geld. Geh kein Geld. Fender, muss es reimen oder was? Inspiration. Songwriting. Songwriting. John Fogarty. Musik. Ja, reimen oder nicht reimen? Nicht reimen. Sixties. Nächste Runde Stimmung. Party. Hoffentlich alle gut. Festival. Durchfall. Haare. Open Hair. Hätte sowieso die schönste. Bo. Raymond. Danke Jungs, noch viel Spaß heute Abend. Zum fünften Mal findet dieses Wochenende hier auf dem Sportplatz in Göffis das Open Hair statt. Und fünf Fans rocken heute Abend auch die Bühne. Jetzt werden gleich Golden Reef starten und wir freuen uns auf frische Luft und gute Musik. Musik. Open Hair ist für euch? Spaß. Fester. Fun. Musik. Saufen. Julia, was führt dich hierher zum Open Hair? Ja. Ja, gute Musik, coole Leute. Einfach Gauden. Auch die ganz Jungen sind dabei. Gefällt euch die Musik? Ja, super. Ja, sicher. Es ist voll cool. Johannes und Marion, seid ihr Musikfans? Oh ja. Sehr. Klar. Keine Frage. Und heute kommt ihr auf eure Kosten? Oh ja. Sehr. Sonst drum sind wir da. Worauf freut ihr euch am meisten? Golden Reef. Absolut. Gibt es eine Band, auf die du dich besonders freust? Ja klar, Golden Reef auf jeden Fall. Ist super. Golden Reef, wir starten sie gleich. Freust du dich voll, oder? Ja, vollgas. Bombenstimmung. Musikalisch wird hier auf jeden Fall beim Open Hair einiges geboten. Morgen, Sonntag, Vormittag gibt es dann noch ein Jazz Brunch mit Achilles. Also, seid dabei.